Nein, ich muss kotzen. Wir brennen. Seitdem hat Banner meine Stimme. Seitdem du kotzen bist. Ich muss, nein. Ich weiß nicht, wo vorne und hinten ist, aber egal. Einfach Vollgas. Nein. Hallo. Oh nein. Banner, warum hast du dich auch nicht angeschnallt? Was für Vorbild bist du denn bitte? Ich weiß nicht, was passiert. Aus Rekoperspektive. Erstmal nach vorne schauen. Oh mein Gott. Alles okay bei dir? Nein. Ich muss kotzen. Halt dich fest. Ich glaube, wir sind auf dem Kopf. Kann das sein? Ich glaube schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Guck mal, Banners Haut hat sich geändert vom zu viel kotzen. Wo bin ich denn, Leute? Okay. Wo ist oben? Hier ist oben. Oh nein. Es tut mir leid. Das passiert, Leute, wenn man sich nicht anschnallt. Geil. Okay, das ist jetzt schön cool, Information. So. Zum fünften Mal. Doch so wenig. Oh Mann. Guck mal, da sind schon viele da angekommen. Oh Mann. Okay, wisst ihr was? Wir gucken mal. Wir sind leider weit weg zum Los Santos Flughafen jetzt fahren. Weiß ich nicht. Ich will da nämlich was testen. Sollen wir? Sollen wir. Machen wir einfach. Wie viel Kilometer ist das? 10 Kilometer. Oh ne, das wird ja eine Tour. Da ist ein Flugfeld. Oh. Ja, ich weiß, Hammel ist wieder da. Was sollen wir jetzt machen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Einen Moment mal. Ich muss mal was googeln. Das haben wir nämlich noch nie gemacht. Das wird eine Premiere. Wer von euch weiß definitiv, aber wirklich definitiv, wo die Location vom Geist ist. Keiner. Auch nicht schlecht. Wer? Like Mike. Nee, GTA School. Okay, GTA School. Fahr vor. Fahr vor. Gib Gummi. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Nicht GTA School Rahmen. Lass den fahren. Ich bin hier gerade ein bisschen. Ich weiß ungefähr, wo es ist. Also ich habe es überall Google gefunden jetzt. Das ist hier nämlich in der Nähe. Um 0 Uhr kommt die alte, ne? Wir haben das noch nie gemacht. Das ist also eine Premiere. Zum ersten Mal. Das haben zwar schon sehr viele damals gemacht. Aber wir zum ersten Mal. So. GTA School Passiv Modus am besten. Ich suche es gerade auf. So. Jetzt kann uns keiner mehr was antun. Oh, nee. Falsch. Okay. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Also weiß doch richtig, wo wir lang gegangen sind. Einfach den Weg entlang. Ich war da noch nie. Nicht in Online, nicht in Story Modus. Das wird das erste Mal. Ich habe Angst. Guck mal Leute. Hier gibt es einen Weg. Wie wäre es, wenn man einfach den Weg entlang fährt? Wie viele haben wir noch? Ja, haben wir noch. All das ist cool. Oh, oh. So. Okay. Bei Italigo ist schon mal da. Also ihr seht ja auch, wo die meisten Punkte hingehen. Dann gehen wir mal gucken. Bevor wir hingehen. Ich frage mal Benner. Benner, ist alles klar? Ich muss kotzen. Okay. Dann ist alles klar. Oh, oh. Du hast echt gleich wieder kotzen. Sie spawnt auf dem Stein. Also ihr Schweine, lasst in Ruhe diese Steine. Okay, bitte nicht vor dem Stein stehen, sondern kommt bitte alle hier mit euren Fahrzeugen auch. Jetzt nicht mit den Fahrzeugen vor der alten stehen. Passiv-Modus deaktivieren. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Also bitte nicht mit den Fahrzeugen davorstehen. Warte mal, wir gucken mal, welche Aufmerksamkeitsdefizit-Personen gehört denn dieses Fahrzeug? Oh. Steht da nicht. Okay. Viel Spaß, wenn du es gleich holen wirst. Okidoki, Leute. Die alte Spawnt so gegen Null, oder? So, kann nur eine Person, GTA School, kommen, weil GTA School war der erste, der gesagt hat, ich weiß, wo die ist. GTA School, kannst du mal bitte da hin und zeigen, wo genau die Spawn wird? Wir sind ein bisschen zu nah. Egal, wir gucken erst mal. Ich will ja erst mal gucken, wo die Person ist. Oder wo die alte Spawn ist. Alles klar, Leute. Wir müssen ein bisschen weiter weg, dann geht auch ein bisschen weiter weg. Guck mal, da wo die Hubschrauber ist, zum Beispiel. Wir gucken einfach mal gleich, ob das zu nah dran ist. Guck mal, da ist schon immer drohen und Geist. Da, wo die Telegirl ist. Ja, da war doch auch GTA School. Jetzt kommt Geisterstunde. Nicht dahin gehen, Leute, nicht dahin gehen. Wenn ihr jemanden seht, der sich dahin nähert, knallt den ab. Danke für den Vollidiot mit der Leuchtfackel. Hört auf, vor mir zu stehen. Okay, wartet, 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 wartet. Ihr habt doch alle Raketenwerfer und Co., oder? Wir werden die alte töten. Die ist im Passivmodus, die ganze Zeit. Die ist im Pussymodus. Egal, was ihr habt, Feuer frei. In 3, 2, 1, jetzt. Ja, da, 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 da. Du alter Pussymodus. Mach die fertig. Tusse. Die ganze Zeit im Pussymodus. Okay, aufhören, aufhören, aufhören. Aufhören. Wenn sie jetzt noch lebt, dann geht's ihr richtig schlecht. Oh. Ein Moment mal, ich geh mal ein bisschen mehr dran. Wartet, Leute, ich will mal gucken, wie nah wir dran können.